Hi Leute, Willkommen zurück bei Game of Thrones. Okay, ich nehme aber gerne das Gift. Oh! I've said that before! We will avenge Rodericks' death tonight, whatever it takes. Send word to Lord. We'll drink this night to the prosperous future of our United Houses. Ah, ich hoffe das klappt auch so alles. Ah, unsere barbarischen Freunde scheinen natürlich nicht ganz so begeistert davon zu sein, dass wir Gift gewählt haben. Aber es hat den sichersten Weg. Lady Mira! Oh nein. There she is! Take her! What's all this? Äh. Äh. Lord Morgren. How lovely to run into you. Mira Forrester. You're coming with us. Nein. My good sirs. There's no need for that. Surely you have more dangerous criminals to deal with than Lady Marjory's Handmaiden. We have orders from Captain Lucan to- Let me worry about Lucan. You worry about buying yourselves a few tankards. Not me. Okay. Thank you. For keeping our city safe. Okay. Good. Can I take you somewhere, Lady Mira? The Rivergate. Thank you. The Rivergate. Quick as you can. Okay. What's going on, Mira? Is there a problem? Uh. Maybe I can help. Someone's plotting against me. Plotting? What do you mean? They're spreading malicious rumors. And worse, they've set the guard after me. I see. That is worrying indeed. Clearly you've made powerful enemies here in King's Landing. Although, you've made short work of one of them at least. I hear Lord Andros has found a home in the Black Cells. I'm impressed. It seems he took on the wrong handmaiden and lost. Andros was a snake working for the White Hills. He got exactly what he deserved and no more. I'm inclined to agree. I doubt anyone will miss the oath. Now that you've gotten rid of my biggest competitor, all kinds of opportunities have opened up. Okay, that's... Particularly in your part of the Seven Kingdoms. The Ironwood Market is wide open. A lot of gold to be made. There's opportunity enough for both of us, Lord Morgren. Think of what we could accomplish if we work together. I have thought about it. I've thought about it a great deal. You're clever, Mira. Working out that Andros was in league with the White Hills, you showed an understanding of King's Landing that took me years to gain. Of course. I knew you'd be a problem when we first met. Um... Imagine, a handmaiden stealing the Crown's Ironwood contract from under my nose. That's why I bribed that Lannister guard. To kill you. Don't look so... Oh fuck. You must have known you'd become a target sooner or later. Killing Lannister guards does not go unnoticed. I knew it. I never should have trusted you. Of course not. You should never trust anyone in King's Landing. That might have been your only mistake. Noooing. After Ludd takes Ironrath, he and I will control the Ironwood trade entirely. You've been very helpful, Mira. Sorry for's fluchen. Can't have you complicated things. The White Hills don't understand Ironwood. They can't take care of the forests. You may control the trade, but they'll run it into the ground. Only the foresters really know those woods. You're a fool not to see that. If they leave the hills there, I'll find another forest. I couldn't care less, and neither should you, because you'll be dead. Oh fuck. Fuck. Los. We've arrived. We've arrived. We've arrived. Now get out of my fucking litter. Lucan, what a fancy coming across you here. I seem to have found something you're looking for. Like you have, my lord. I've been searching for this murderer a long time. And finally I got her. Lady Marjorie will hear of this. She'll have your head. Lady Marjorie will want nothing to do with you, Mira. It's time for you to answer for your crimes. Take her to the cell. Sit up, Mira. I'm sure if you ask him nicely, the headsman will be quick. But I have the feeling, that my RT-Knopf doesn't work. He's not right. I have a trophy, but there's nothing going on. That's what I need to do. That's what I need to do. Oh, cool. That's what I need to do. Forgive my brother's temper. It said over time, wargs adopt the traits of their animal. And your news was... unexpected. You see, Gregor Forrester was our father. And we are his bastards. I doubt anyone knows. It was his dark secret. And he feared his family would find out. No one of I'm wrapped knows of this. Not that I've ever heard. I suspect it as much. Jocera would say he banished us to hide his shame. But I like to think, it's because he knew what we were. That he was protecting us in his own way. We thought one day Gregor would come and see everything we've built. But instead it was you. You. You are the first to arrive. What? It must have been a difficult journey. Few try. And fewer still live to tell about it. It wasn't easy. I had to break my vows to the night watch. We barely made it. Not many survive this far north of the wall. But you're here. But we learned there's a power here, Garret. A power we've only just begun to understand. What for a power? Winter is coming. And we haven't much time. Äh. Smash. Bitte? Das ist der Bär schon verdammt geil. Guck mich das so an. Also tat mir jetzt schon... Jetzt tut's mir leid, dass ich den Bären verletzt habe. Äh. Tag. Okay. Wow. Die sind übel. Guten Tag. Na, mein Hütster. Das haut nicht hin. Ich muss mal kurz gucken. Settings. Controls. Mein RT-Knopf haut nicht mehr hin. Das finde ich gerade sehr uncool. Irgendwie wird da nämlich nicht angenommen. Ähm. Ich muss mal kurz... Ich hoffe, das klappt jetzt noch. Oh. Hoppala. Irgendwie... Ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert. So, wenn ich hier... Zur Not muss ich halt... Müsste hast du mal schnell weiterspielen. Äh. Der will jetzt bestimmt nen Update ziehen. Äh. Geht sofort weiter. Ah. 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 Okay. Hat noch weiter getan. Ah. Ah. War klar. Dass das nicht hinhaut. Okay. Muss ich mit Tastatur und Maus weiterspielen erstmal. Äh. Das ist ja irgendwie ein bisschen blöd. Gut. Sorry für die ganzen Pausennetze. Ich hoffe... Die Knöpfe sind jetzt nicht zu verkehrt. Okay. Cool. Oh. Runter. Zur Seite. Junge. Das ist jetzt so. Ah. Einer weniger. Jetzt? Ne. Ey. Das ist jetzt grad ein bisschen eklig mit Tastatur hier zu spielen. Zack. Ich weiß nicht auch, wie kam mir der grad so in den Sinn der Typ. Woah. Danke. Oh oh. Vorsicht. Vorsicht. Los. Oh oh. Finn. Ich sag doch. Das ist Finn. Oh Gott. Finn. Wo ist das? Okay. Ehh. Ehh. Oh. Autsch. Sorry Finn. Ich wusste, dass Finn kommt. Ich hab's echt im Gefühl gehabt. Oh. Oh. Und Ehh. 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 Das ist jetzt erstmal ungewohnt zu spielen. Ehh. 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 Oh wie hab ich nicht so das Gefühl. Ehh. 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 Vielleicht haben sie dir etwas an der Kastel Black gelernt. Du hast dir selbst gut gespielt. Oder zumindest dein Pferd. Sein Name ist Shadow. Schatten? Okay. Coole Name. Dafür, dass er weiß ist. Sie töten sie nicht. Es ist das Feuer, das mit dir bleibt. Du wirst nie vergessen, dasselbe. Hast du gesehen, was sie gerade getan haben? Sie interessieren nicht über ihre eigene. Meine Freundin hat sie gut trainiert. Sie müssen verbrannt werden. Sonst kommen sie jetzt wieder. Ozean ist eine Schwierigkeit. According zu ihr. Äh... Ich habe nie gesehen, dass jemand so kämpft. Sie seien... Angst. Das ist, was sie dafür trainiert wurden. Nichts anderes ist wichtig, als das. Sie sind mehr, was meine Freundin macht. Sie sind mehr, nicht meine. Ach, sag nichts, sie wurde verletzt. Scheiße. Die Weißen werden über den Tag größer geworden. Seitdem die Wildling-Triben ging, mit Manns Raider. Äh... Ich muss zurückgehen. Bist du okay? Du siehst nicht gut. Es ist nichts. Ich bin gut. Sicher. Ich sollte zurückgehen. Fulgoren, Weißenir. Mhm. Ich habe ein ungutes Gefühl. Fulgoren, Weißenir. Oh! Was? Was? Warte. Fulgoren, Weißenir. Äh... Was? Was ist schrecklich. Was ist schrecklich. Was ist schrecklich? Sie ist überzeugt, dass ihr Blutmage ist das einzige Weg, um die Nordgröve zu schützen, dass ihre Kräfte die Antworten sind. Aber sie kann es nicht kontrollieren. Ich worrye über sie. Es ist mehr gefährlich, als sie weiß. Sie war genau über eine Sache. Die Weißen sind größer. Und das Schlimmste ist noch zu kommen. Das ist ein sehr großer, cooler Bär. Jetzt, dass mein Vater tot ist, gibt es keinen Grund, um zu bleiben. Das ist, warum er dich zu sendet, nicht wahr? Um uns zurück zu Einrath zu bringen. Um unsere Enemies zu drüben von der Wälder zu schützen. Um ihn zu retten zu schützen. Du bist richtig. Der Haus Forrester braucht unsere Hilfe. Wir können zu drüben. Ich denke, was wir tun können. Ich bin sicher, dass wir uns von Sarah konvenzen können. Ich weiß, was mein Vater gesagt hat. Die Nordgröve kann nie verloren werden. Aber er würde nicht wollen, dass wir uns sterben, wegen uns. So. Das ist eigentlich jetzt gerade ein wunderschöner Part, um zu cutten. Was ist denn weg? Die ist vorhin noch nicht gespeichert. Ich will einen verdammten Wäldling. Das ist ein wunderschöner Part. Bis zum nächsten Mal.